Dann würde ich gerne als nächstes mal ein bisschen Technik angucken und da so ein paar Keys mitgeben. Erster Key wäre Handgelenke und Hände zusammen. Wichtigste Sache beim Baggern ist das Spielbrett. Wir brauchen ein sauberes Spielbrett, wo möglichst keine Ecken und Kanten drin sind. Wie bekommen wir das hin? Wir wollen, dass Handgelenke und Hände zusammen sind. Dadurch haben wir ein schönes, gerades Spielbrett. Der zweite Key ist gestreckt und eine einfache Bewegung in eine Richtung. Jetzt geht es nur darum, Arme und Hände gestreckt nach unten, Ellenbogen sind gestreckt und wir wollen eine gerade und einfache Bewegung machen. Dritte Sache zur Annahme. Der Ball kennt eigentlich nur eine Sache und das ist Winkel. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Einzige, was spannend ist. Einmal nur zum Erklären. Erstes Verständnis für den Moment, wo ich den Spielwinkel verändere, verändert sich die Flugkurve vom Ball. Das heißt, wenn derjenige hier merkt, meine Bälle sind immer zu kurz, einfach die Frage, was kannst du verändern, damit der Ball länger geht. Und das ist einfach der Winkel, der Ort und damit auch der Winkel, in dem ich den Ball spiele. Und der ist hier bei allen drei Distanzen natürlich unterschiedlich. Je nachdem, ob ich gerade hoch muss, ob ich lang spielen muss. Okay? Nächste Geschichte für Winkel. Wir spielen den Ball immer nach rechts weiter. Okay? Wir wollen nur den Winkel die Arbeit machen lassen. Werf nochmal zu mir. Okay? Das heißt, ich muss auch nicht da hingucken, wo der Ball hingehen soll, sondern ich bin ausgerichtet zu dem Spieler, von dem der Ball kommt. Stell den Winkel ein und spiele nach rechts weiter. Okay? Jetzt kommen wir zur Beinarbeit. Endlich! Endlich! Schritte sind eigentlich Shuffle-Schritte. Das heißt, wir versuchen nicht groß zu überkreuzen, sondern wir bewegen uns nur, es bewegt sich eigentlich maximal fast drei-Schritte-Bereich. Ich habe eins, zwei, drei. Oder nach vorne. Eins, zwei, drei. Zur Seite. Eins, zwei, drei. Also immer die Shuffle-Schritte. In Hamburg wurde früher immer mit Teppichfliesen durch die Gegend gerutscht für diese Schritte. Damit ein Fuß am Boden bleibt. Wie gesagt, möglichst wenig hoch und runter kommen. Nicht seitlich laufen, sondern Shuffle-Schritte machen zum Spielen. Okay? Annahmetraining ist ab einem gewissen Punkt, gibt es nicht mehr individuell. Annahme gibt es nur im Paar, Minimum. Oder zu dritt oder zu viert. Das heißt, das ist jetzt der nächste Punkt, diese Zwischenräume zu managen. Wir haben drei Leute, die zusammenarbeiten in der Annahme. Aufschlag kommt von eins oder sechs. Ist es immer, spiele ich rechts kurz oder links tief? In diesem Fall, Aufschlag von eins, sechs, würden wir sagen, Zwischenraum ist links. Das heißt, der Spieler, der links spielt, nimmt Bälle, die im Zwischenraum sind. Derjenige weiß in dem Moment, okay, ich stehe hier. Alles, was tief rechts kommt, habe ich nichts mit zu tun. Okay? Ich muss nur gucken, dass ich hier vorne hingehe oder hier hinten spielen muss oder hier an der Seite. Selbe ist für ihn. Wenn ich jetzt hier stehen würde, weiß ich, ich muss hier annehmen oder hier hinten. Da vorne hat er, hier hinten hat er. Das ist ganz, ganz wichtig in der Annahme. Was ist der kritische Punkt? Der Zwischenraum. Den müssen wir managen. Wenn beide sagen, wir haben beide den Zwischenraum, dann gehen die rein, zucken zurück. Das heißt, da klare Absprachen. Wer hat die Mitte? Dadurch vereinfachen wir das Ganze. Das Ganze würde sich dann umdrehen. Aufschlag von fünf. Werde hier ausgerichtet zum Aufschläger. Okay? Jetzt spielen wir rechts hinten, links vorne, rechts hinten, links vorne. Und da kommen wir natürlich zu der allerwichtigsten Technik im Volleyball. Abschließen. Das sind die Augen. Lesen, 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 was passiert. Flugkurve erkennen. Da wird's dann spannend. Da wird's dann spannend. nicht mehr in der Zeit. Das war sie ja. Mit dieser Zeit wird alles aufgestellt. Näht was auch ob es auf